Hey Leute, was geht nicht mal? Willkommen zu deiner Roblox-Video mit euch. Was geht, Bro? Was geht, Alpha? Was geht, Bro? Wir sind hier heute in irgendwie Pickys Haus oder so gelandet. Wir müssen mal schauen, hier oben steht nämlich, nimm das Schweinefutter und renn um die Punkte. Hier soll irgendwo Schweinefutter drin sein, oder was? Wer muss denn Schweinefutter? Und dann müssen wir abhauen. Ich glaube, dann werden wir verfolgt. Wo ist das? Hier ist es, glaube ich, nicht in dem Haus, oder? Nein? Nein, ich habe kein Futter gesehen hier drin. Wo soll es sein? Ich weiß auch noch nicht. Aber da vorne sehe ich schon mal so einen Piggy rumlaufen. Was geht denn? Oh, die sehen aber gruselig aus. Die sehen richtig gruselig aus. Okay, Leute, ich gehe jetzt hier in den Kühlschrank. Oh, ich glaube, ich habe das Essen mitgenommen, Leute. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Let's go. Oh, hier ist, glaube ich, ein riesen Labyrinth. Siehst du das? Wie heftig. Ja, aber genau. Oh, guck, wie krass das ist. Das ist wirklich groß. Das ist richtig heftig hier. Was geht hier ab? Hier haben wir noch mehr Sachen auf dem Boden. Die können wir aber nicht aufheben. Okay. Oh, guck mal, da kommt ein Dino. Da kommt ein Dino. Oh, Leute, gar nicht besiegt. Oh, der hat mich gegessen einfach noch weg von dem. Der hat mich auch gegessen einfach. Wieso? Was haben wir getan, Leute? Der Dino ist halt draußen. Er wartet auf mich, Leute. Und will ich, glaube ich, auch fertig machen gehen. Ich kann ja noch umgehen, oder? Komm ich hier hoch. Bitte, Leute, nein, nein, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich vor Piggy entkommen, Leute. Das ist komplett krass. Ja, glaube ich auch. Und ich laufe weiter. Dino, lass dich in Ruhe. Bitte, Dino. Ich glaube, das hat mich noch nicht gesehen, Leute. Noch sieht es gut aus. Ich glaube, immer weiter. Ich glaube, immer weiter. Oh, nein, jetzt ist es dunkel geworden. Es ist bei dir auch dunkel geworden, Ente. Ja, aber mir ist es auch mega dunkel. Wollt ihr bitte deinen Schlitten drin? Oder was ist das hier? Ich versuche gerade auch noch abzuhauen. Wo ist unser Ziel, Leute? Was müssen wir erreichen? Jetzt mal, hier ist nur noch das Labyrinth, okay? Ich laufe einfach mal weiter, würde ich sagen. Aber mir ist auch gar kein Piggy in der Nähe. Ich sehe wirklich nur noch den Dino. Und manchmal... Oh, da hinten, da ist Mutterschwein. Ich laufe nochmal kurz hin. Und... Brut, das sind alle, glaube ich. Ich sehe alle vier Namen. Was, als ob du die gefunden hast? Wo denn? Warte, ich versuche mal hier ein bisschen in die Nähe zu gehen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an oder so. Ich glaube, die könnten ganz wütend sein. Da ist Piggy. Hallo, Piggy. Was machen die hier? Die tanzen die nur. Ich verstehe nicht. Ich greife die nicht zu einem random Haus, aber ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist. Ich bin wieder am Spawn, glaube ich. Dann laufe ich immer wieder weiter, weil ich glaube, wenn ich hier jetzt loslaufe, dann greifen die uns an. Hier bin ich jetzt auch bei einem Boot, okay? Und da hinten ist die Piggy-Familie. Ich warte, ich laufe mal hinterher. Was machen die? Werden die von... Oh, die verfolgen einen Spieler. Ich habe es gesehen. Warte mal, gehen die echt auf den Spieler? Ja, die greifen die ganze Zeit Spiele ein oder ein. Oh, der Arme, der muss von denen weglaufen. Ich werde noch in Ruhe gelassen, glaube ich. Oh, oh. Wem laufen die hinterher, Leute? Ich will es wissen. Den Spieler da vorne haben die gerade besiegt. Nein. Mutterschwein hat die gerade fertig gemacht. Oh, oh. Auf wen gehen die jetzt, Leute? Ich glaube, die wollen wirklich jeden hier besiegen. Komm her, Piggy. Ich klaue dein Essen. Oh, die hat wirklich Essen geklaut. Die geht jetzt. Ich brauche auch Essen. Hör mal. Ja, ich sehe, dass da vorne rennt ein Piggy-Rubal-Farbe. Ich hoffe, dass der mich nicht aufisst. Ja, ich sehe gerade auch beide. Hinten ist noch ein Grandman-Pig. Oh. Oh, die Spielerin wurde fertig gemacht. Was? Wieso? Kann ich Essen da aufheben? Ich glaube nicht. Leute, was mache ich jetzt? Da sitzt einfach Mutter Piggy. Was macht die da? Leute, ich glaube, die regnet sich gerade die ganze Zeit auf über irgendwas. Sollen wir die mal ansprechen, Leute? Irgendwie traue ich mich nicht. Hallo? Oh, ich habe Essen geklaut. Ich habe Essen geklaut. Alter, ich muss weglaufen. Lauf einfach ganz schnell weg. Lauf, 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 lauf. Aber wo muss ich hinlaufen? Ich habe den Teller genommen. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde gleich verfolgt. Alter, du kannst doch spritzen mit Schiff. Du musst schnell weg. Ich laufe und laufe. Ich glaube, ich muss in das Anfangshaus, oder? War das nicht da vorne? Ich glaube schon. Aber wo muss ich das hinbringen, Leute? Ich habe das Essen dabei. Aber ich glaube, gleich kommt wieder Piggy. Warte mal. Oh, bei mir ist doch Peppa Pig gerade und die Klein-Peppers. So, wo bringe ich das jetzt hin, Leute? Das verstehe ich doch nicht ganz. Oh, die hat mich willkommen. Die hat mich ganz einfach verfolgt. Nein. Was? Yeah. Aber die ist doch hier im Spawn. Warte, ich kann mir das Essen einfach wiederholen. Ich habe sie denn. Let's go. Schau weg hier. Lauf jetzt schneller weg. Lauf weiter weg, Al. Was du schnellst. Du bist weg davon. Hier, ich habe 24 Punkte bekommen. Eins. Ich sehe das da vorne. Und jetzt kann ich hier, glaube ich, noch irgendwas kaufen, Leute. Kann ich hier irgendwas holen, Leute? Lauf, Alfa. Ich glaube, ich glaube, ich laufe. Ich glaube, ich komme wieder Piggy. Hände. Guck mal, ich habe das Essen. Ich habe es geklaut. Oh, wie lecker sieht das aus. Gönnen wir uns das? Ja, es auf, Al. Gönnen wir. Ja, wir, wir, wir. Oh, da kommt die wieder. Ich will das Essen zurückhaben. Hey. Oh, nein. Das wird schnappt. Sie hat nicht gleich. Sie hat nicht gleich. Ah, okay. Desto länger ich das... Alter, das Essen. Nein. Alter, hol dir das Essen. Hol dir das. Du musst einfach auf die Klick hin. Geh in die Nähe von Piggy. Dann klick die ganze Zeit rum. Dann kannst du wieder aufsammeln. Ich habe jetzt 44... Ich habe es. Ich habe es. Nein. Ich habe jetzt 44 Punkte bekommen. Ich gucke jetzt hier in den Shop. Was können wir hier holen, Leute? Wir können uns hier ein paar Sachen kaufen. Ich glaube, die... Oh, da wurde gerade wieder jemand besiegt. Ich nehme das Essen wieder mit. Das ist mein Essen. Hä? Nein, das ist abgehauen. Die Schweine-Respawn steht da jetzt. Okay. Oh, gar nicht gut, Al. Ich sehe es. Da ist Grandpa Pig. Ja, ich gehe jetzt auch sofort zu denen. Ich will wieder einen Teller klauen. Weil desto länger wir die Teller halten, desto mehr Geld kriegen wir hier in dem Spiel. Und dann können wir inzwischen gleich Sachen kaufen. So, ich habe den Teller geklaut. So schnell weg hier. Oh, oh, Leute. Wirklich richtig wütend. Wir müssen richtig weit weglaufen. Bitte, bitte, bitte. Wir darf uns niemals bekommen. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Tricks. Vielleicht kann er mich hier oben gar nicht mehr bekommen oder so. Wenn ich hier irgendwo hochklette. Komm schon, Leute. Ich muss hier noch irgendwo hochkennen. Nein, hier geht es auch nicht. Aber ich glaube, der macht sich gleich auf den Weg zu mir, Leute. Ich muss aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Da kommt er schon. Nein, ich muss laufen. Ich habe auch einen Teller geklaut. Nein, das ist gar nicht gut. Pass auf. Oh, oh, Leute. Ich kann hier auch nichts kaufen. Irgendwie nein. Nein, der ist schon so ganz an mir. Nein, ich muss abhauen, bitte. Nein, er hat nicht willkommen. Och, Mann. Ich bin am See. Und ich werde verfolgt von Piggy. Halt's ab. Ich sehe gerade, wir können hier sogar noch Emotes machen. Alles richtig cool. Aber die bringen uns, glaube ich, nichts, Leute. Und hier können wir die Spieler spectaten. Wow, halt's ab. Okay. Und hier ist der Punkte-Shop. Was können wir uns hier holen, Leute? Okay, wir haben schon mal 76 Münzen. Was können wir uns damit leisten? Fast gar nichts. Hier eine Taschenlampe können wir uns holen. Ich habe 100. Als ob es schon 100 ist. Und ein Trank. Nein. Da könnte man damit wachsen, Leute. Ich mache wieder ganz schnell Münzen. Deswegen muss ich hier ganz schnell irgendeinen von denen besiegen. Das Essen wieder klauen. So, wüsste hier jemanden. Ich glaube, im Haus ist jemand drin. Ich habe mir einen Hammer gekauft. Gebt einmal, wie groß der ist. Boah, kannst du dich jetzt mit dem Hammer da wehren? Weißt du es nicht? Warte mal, kann ich das am Schweine was in den Kopf ziehen? Ich weiß nicht. Also musst du probieren. Okay, Leute. Ich bin jetzt bei dem Bruder und ich klaue ihm wieder das Essen. Tschüss. So, ich mache 70 Münzen. Komm schon, das müssen wir hinkriegen. Wir müssen so lange abhauen, bis wir die 70 voll haben. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, beim Boot hier vorne könnten wir richtig sicher sein, Leute. Deswegen lasst ihr schnell hochgehen. Ich glaube, der kommt dann nämlich nicht hoch. Hä? Ich kann ja gar nicht hochspringen. Das geht gar nicht. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Ich dachte, wir könnten hier hoch. Dann haben wir jetzt ein Problem. Als ob man hier nirgendwo hoch kann, Leute. Nein, kann man nicht. Da kommt er schon. Ja, aber ich habe 89 Münzen. Das reicht. Sehr gut, Alfa. Dann nutze ich mir gleich diesen Supertrank. Dann kann ich mich entwickeln. Okay, Leute. Ich bin in der Sackgasse. Das war es mit mir. Och, Mann. Aber halte ich meine Taschenlampe, oder ist sie weg? Nein, die verschwindet. Das ist nicht wahr. Doch, ich habe die noch. Okay, alles gut. So, jetzt holen wir den Trank hier. Den Grow Potion. Und was bringt der? Ich weiß nicht. Ich werde ihn gleich trinken. Aber erst, wenn ich den Teller habe. Ich will wissen, was dann passiert. So, ich klaue den Teller. Zack. Und er wurde... Nee, ich habe ihn jetzt. Perfekt. Doch, Lauf, Lauf, Lauf. Oh, ich bin riesig geworden, Leute. Siehst du das? Du bist jetzt auch schneller als ich. Schau mal. Ich weiß nicht, Alter, ob ich schneller bin. Aber ich bin größer. Ich kann hier zu über... Guck mal meinen Hammer. Oh, ich kann hier hochspringen. Du hast deinen Hammer. Pass auf. Wenn er gleich kommt, dann greifen wir den an, okay? Dann ziehe ich den mal zu über, ja? Aber das machen wir. Oh, ich muss noch fünf Sekunden warten, bis ich hier wachsen kann. Komm, 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 Lauf, Lauf. Ich bin gewachsen. Let's go. Nein. Das hat gar nichts gebracht. Oha. Kannst du dich doch nicht besiegen, oder was? Okay, Leute, das hat echt nichts gebracht. Oh, Lauf, wo sind wir jetzt gespawnt? Was ist hier? Warte mal, können wir uns verwandeln oder was? Guck mal, ich bin Spider-Man. Was geht? Ich bin auch Spider-Man. Guck mal, wenn man bei Lauf kommt. Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Lauf, 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 Lauf. Hier ist eine Ente. Wenn das nicht, der muss das wohl auch stimmen. Moment, das ist sauer. Let's go. Ich glaube, wir sind hier nämlich im Piggyhaus gefangen, Leute. Jetzt müssen wir wieder versuchen zu überleben. Was mache ich? Ich versuche mal durchzugehen. Guck mal, wir haben sogar einen Piggy-Skin, Alfa. Hört's auf. Nice. Und darum sehe ich schon einen Piggy? Willst du uns angreifen oder was, Leute? Wir werden schon wieder verfolgt. Warum denn die ganze Zeit? Was haben wir getan? Ich muss mir hier durchgehen. Da oben schwebt er. Oh, oh. Ich glaube, das steckt da fest, Leute. Muss man da durchgehen? Ich weiß es nicht. Oh, der hat mich auch nicht angegriffen. Perfekt. Wo geht's noch? Ah, das ist Piggy. Da, ich war angegriffen. Ich habe voll viel Herzen. Was für Herzen. Voll viel Leben. Was? Ich wollte besiegt. Oha. Wir müssen es wirklich jetzt aus diesem Haus jetzt als nächstes rausschaffen, oder was? Aber was werden wir denn kriegen? Warte, wer kann man denn noch werden? Jetzt werde ich hier dieser böse Piggy oder einen Mongas-Charakter. Obwohl, geht glaube ich nicht mehr. Ich habe mich, glaube ich, schon verwandelt. Let's go. Wir werden es hier rausschaffen. Ich glaube, ich weiß den Weg, Ente. Man muss hier einfach durchgehen. Nein. Der hat schon wieder angegriffen von Piggy. Bitte nicht, bitte nicht. Ich wollte schon wieder besiegen. Ich bin draußen. Du hast schon rausgeschafft. Ich noch nicht. Sind doch alle so schnell. Die haben diese Teppiche geholt. Wo kriegen wir die Teppiche hierher? Kann man sich das hier einfach nehmen, Leute? Das wäre dann Ultra-OP. Nein, das kostet Geld. Ist für irgendeine Sache umsonst, Leute? Ja, ich kann hier was nehmen. Let's go. Das kann ich einfach rausfliegen. Und dann haben wir es schon geschafft, glaube ich. So, hier durch. Und zack, Ente. Aus dem Haus sind wir jetzt auch rausgekommen. Wir haben es geschafft. Nice. Okay, das war die nächste Map, die wir geschafft haben, Leute. Gleich kommt noch die dritte Map. Hier gibt es echt nichts mehr. Oder was? Hier kommen wir noch in den Gehen. Oh, ich bin gespannt, wie die dritte Map ist. Ich auch. Und hier kann man sich jetzt wirklich alles freischalten. Als ob, Leute. Obwohl, ähm. Ach, wenn man das Spiel geliked hat oder so, wie ihr Pi holt. Schade. Aber ich kann hier noch ein Auto spawnen. Let's go. Brum, brum, brum. Und ich will noch einmal durch die Kanone gehen. Von der nächsten Map gehen. Und let's go, Leute. Okay. Moment, wo sind wir jetzt gelandet? In einem neuen Spielmodus, glaube ich, oder? Guck mal, ist ein Piggy-Kopf. Und das läuft hier gerade nach rot. Ich glaube, alle, gerade irgendwas aktiviert. Oh nein, das drückt ja nicht den Piggy-Kopf wahrscheinlich. Ja, guck mal, wir können jetzt Jump'n'Run hochgehen. Ähm, können wir das noch schaffen oder ist es schon zu spät? Leute, ich probiere es einfach noch. Let's go. Dann lass ich hier hochgehen. Aber das ist richtig einfach, der Obby. Ja, aber der geht richtig lange. Ich glaube, man muss es hinschaffen, sonst geht das hier gar nicht zu Ende, Leute. Deswegen lass es schnell schaffen. Aber es ist komplett easy. Ich bin schon fast drüben, endlich, hinter dir. Echt, du bist hinter mir? Ja, ich bin gleich oben, einfach. Ich werde es vor dir schaffen. Wirst du nicht? Ja, das war's. Und jetzt können wir den Piggy-Knopf hier wieder drücken. Ja. Wir kommen jetzt in Laisers, Alter. Pass auf. Springen wir vorbei. Ja, mach dich Jump'n. Let's go. Und wir können jetzt so Münzen aufsammeln. Nice. Alter, du bist draufgegangen. Ich hab's gesehen. Ja, ich bin wirklich draufgegangen. Gute. Ich werde es nicht gewinnen, Leute. Ich bin der Roblox-Profi. Ich glaube, aber das wird immer schneller irgendwie. Das sieht immer schneller aus. Boah, ich bin der vorletzte Spieler, Leute. Ach nee, da oben steht einer. Ey, wie schlau. Hätte man die ganze Zeit stehen können. Sollte hab ich draufgedrückt. Was passiert jetzt? Wir können Geld einsammeln. Einfach nur Geld? Lass dich essen, heißt das Spiel. Wie essen? Von wem essen? Oh, guck mal, da können wir den Leiter hoch. Siehst du das hier? Hä? Oh, wir werden jetzt aufgegessen. Nein, das darf doch nicht passieren. Ja, wir müssen da reinrutschen. Und zack, wir werden aufgegessen. Blum, 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 blum. Ente, du schmeckst, glaube ich, besser als ich. Ich glaube auch, deswegen jump ich da nochmal rein. Und let's go. Und das war es schon wieder. Wir müssen wieder den Knopf drücken. Der wurde gedrückt. Was jetzt? Hä? Wir müssen das hier... Oh, wie schwer ist das? Das Laufband ist richtig schnell. Das ist krank schwer, das Ding. Ich bin gleich dran gescheitert. Nein, ich auch. Man hat keine zweite Chance, Leute. Oh, man, ich war so gut dabei. Einer hat es geschafft da vorne, glaube ich. Okay, heftig. Jetzt kommen wir wieder den Knopf drücken. Let's go. Was passiert jetzt? Zack. Und? Hä? Was passiert hier, Ente? Komm, da kommt ein Tsunami. Da kommt ein Tsunami, Ente. Geh ins Haus. Nein, wie kann ich ins Haus reingehen? Oh, ich glaube, das war die falsche Wallen. Da drüben ist die Leiter. Ja, aber kann ich die Leiter hochgehen? Los, schnell, 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 schnell. Bevor der Tsunami kommt. Oh, der ist richtig hoch. Das war es gleich mit uns, Ente. Los, los, beeil dich. Oh, ich glaube, ich gehe hops auf. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Ich glaube, du kannst es echt nicht mehr schaffen. Ich schaffe es noch ganz knapp, wenn ich es hier hochschaffe. Leute, das ist richtig eng. Und rufspringen. Ja, tschüss, Ente. Das war es mit dir. Das war es mit dir, Ente. Bye, bye. Ich habe es gepackt, Leute. Nice. Das war richtig eng. Wirklich der letzte Sprung. Und wir haben es noch geschafft. Das war viel zu gefährlich. Aber jetzt will ich wieder den Knopf drücken. Zack, ich habe ihn gedrückt. Was passiert jetzt? Krokodilsprung? Nein. Wir müssen hier auf den Krokodilen springen. Machen wir aber Schaden? Das weiß ich nicht. Wir dürfen nur nicht runterfallen, sonst fliegen wir wieder raus. Ja, wir müssen hier mega gut aufpassen. Die Sprünge sind einfach. Da war ich Mobi-Profi. Und... Nein, doch nicht. Aber man kommt eben zum Spawn zurück, Leute. Es gab kein richtiges Ziel. Wir sind nach hinten gespawnt. Wir könnten wieder hier hingehen. Das bringt gar nichts. Ich will wieder den Knopf drücken. Komm schon. Da passiert noch nichts. Und zack, habe ich gedrückt. Ich weiß nicht. Steine, komm. Ich habe gedrückt. Ach so, Steine einfach. Hä? Ich wurde doch gar nicht berührt, Leute. Ich habe es doch gesehen. Wie komisch war das denn? Oh, Mann. Wurdest du berührt, Ente? Nein, ich habe es überlebt. Halt's, ob was passiert jetzt? Oh, da kam ein Auto. Oh, das hat sie spät genommen. Er hat uns alle mitgenommen. Jetzt müssen wir ganz schnell auf den Turm da. Schnell. Bevor die Lava steigt. Ich glaube, gleich wird Lava steigen. Ja. Ich komme. Wow, aber es klappt ein. Wie schnell ist die Lava... Nein, ich habe es nicht geschafft. Die Lava ist viel zu schnell gestiegen. Wie krass war das denn? Was jetzt? Hä? Jetzt müssen wir wieder ein Obby machen. Let's go. Aber diesmal werde ich nicht runterfallen. Hä? Wir haben jetzt darüber geschafft. Keine Ahnung. Ich habe es auch geschafft, Ente. Nice. Jetzt können wir wieder den Knopf drücken. Was passiert jetzt? Pass auf. Oh, da kommt wieder eine Riesenkugel. Pass auf, die Sonne kommt. Oh, wie groß ist die? Die sind erstmal auch wieder alle fertig gemacht. Leute, wie heftig. Wir müssen mehr aufpassen. So, was ist jetzt? Die wird aufgedrückt. Und müssen schnell nach oben. Mal dich. Let's go. Ich bin erst auf der Leiter. Ja, ich sehe es gerade. Und wo gehen wir hin? Nein, da oben ist jemand. Was? Wie schnell ist der? Der hat einen Cheat aktiviert oder irgendwas gekauft. Was soll das? Und wer? Unter uns kommt Lava. Guck mal. Was? Nein. Die Lava wird nicht bekommen, glaube ich. Oder? Komm, schnell einfach. Kommen wir nicht noch weiter nach oben? Nein, können wir nicht. Aber ich glaube, die Lava bekommt uns nicht mehr. Wir haben es geschafft, endlich. Ja, nice. Das heißt, das heißt, das drückt wieder den Knopf. Wir müssen schnell auf den Teller drauf. Schnell. Und zack, man drauf. Was passiert jetzt? Wieder Lava. Der Burun ist hier so oft Lava in dem Spiel. Wie krass ist das eigentlich? So, und wer hat wieder drauf gedrückt? Zack. Ich hoffe, ich, Leute. Schnell auf die grüne Platte bin ich. Auf die grüne? Ja. Was passiert, wenn man nicht auf der grünen Platte ist? Wow. Dann wäre wieder Lava gekommen. Genau. Okay, krass. Was kommt als nächstes? Geschwindigkeit Lauf. Ah, guck mal. Wir müssen den Obby jetzt machen. Und wir haben Speed 2, glaube ich. Zack. Yeah. Komm schon. Ich will den Obby auch machen. Der sieht krass aus. Sieht aus wie eine Sonic-Map oder so. Sieht richtig cool aus. Zack, zack. Leute, ich glaube, ich bin der Erste. Und ich nehme noch alle Münzen mit. Weil vielleicht können wir gleich irgendwas damit kaufen im Shop. Oh, das war richtig gefährlich. Dann bin ich ganz knapp runtergefallen. Oh, das haben wir auch noch überlebt. Das war aber wirklich klick. Ich bin runtergefallen unterwegs. Alter, hab du runtergefallen, bis Ende ist das gar nicht gut. Und ich habe viel. Muss ich da durchgehen, Leute? Habe ich es anders geschafft? Hä? Wie war das? Ich glaube, ich habe es gepackt, Leute. Gibst du euch jetzt einen Shop mit den Münzen hier? Kann ich irgendwas holen? 250 Punkte. Wie viel habe ich? 130. 50 Punkte. Zack, ich habe es geholt. Und jetzt kann ich höher springen, Ende. Guck mal. Du hast eine Feder bekommen. Wie nice. Das kostet nur 50 Münzen. Das ist richtig billig. Aber ich glaube, wenn ich... Oh, was passiert jetzt? Warum bin ich so hochgeflogen? Hä? Hey, ich wollte auch mitspielen. Die Spirale alles blieb. Der Boden verschwindet die ganze Zeit. Ja, ich sehe es. Ich bin auch im Game drin. Oh Mann. Wasser wartet uns als nächstes. Jetzt müssen wir wieder nach oben gehen. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Blödsinn, ich will mich weit. Ich mache die Punkte. Ich habe schon 90. Ja, ich bin hoch. Komm schnell. Ich kann jetzt auch meinen Bus... Oh, oh, da kommt Wasser. Schnell nach oben. Oben, oben, oben. Mit meinem Boost hier. Ich bin auch da. Das ist voll öfter. Man kann für fünf Punkte eine Pizza holen. Ja, naja. Fällt dir gut? Ja, ich schmecke ultra gut. Ah, dann kann man sich bestimmt wieder Leben mit voll machen, Leute. Das ist mir schon richtig gut. Falls wir gleich angegriffen werden von jemandem, dann kann ich meine Herzen gleich voll machen. So. Was passiert jetzt? Schnell darüber. Wow. Nur durch meinen Sprung habe ich das noch geschafft, Leute. Das war richtig eng. Ich glaube, ich hätte dann wirklich alle Items verloren. Oh, was jetzt? Schnell hoch hier. Ich cheat mit meinen Items. Das ist richtig unfair. Das ist schneller als ich, aber man kann sich ja für 700 einen Endtaken kaufen. Halt, auch für 700 Münzen. Okay, das werde ich, glaube ich, nicht mehr packen. Das ist viel zu viel. So, nice. Was jetzt? Geht hier nicht mehr weiter? Das Wasser kommt immer weiter nach oben. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten das überleben. Ja, wir haben das Geschäft, oder? Nein. Hallo, hier haben wir. Let's go, nächstes Spiel. Was kommt jetzt? Oh, alle sind draufgegangen. Nein. Wo halten wir die Items? Ja, wir halten hier zum Glück. Sonst wäre es nicht so cool. Okay, weiter geht's. Nächstes Spiel. Wieder Krokodile. Diesmal fahre ich nicht runter, Leute. Ich habe mir meinen Jampoos gekauft. Für 50 Münzen. Und jetzt habe ich hier wieder alle Münzen auf. Dann habe ich noch mehr. Zack. 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 Und geschärft. Und dann ziehe. Richtig easy. Hier gibt es sogar für 100 Punkte noch was anderes. Leute, das rum mit uns. Ich brauche nur noch einen Punkt. Dann kann ich, glaube ich, noch höher springen. Ja, was denn? Die zweite Feder? Ja, die grüne. Die habe ich jetzt. Das kann ich noch höher springen. Da kommt Piggy. Lauf. Was? Wieso wurde ich wieder versiegt? Da war die grüne Feder. Wieso bin ich so hochgesprungen, Leute? Was war das? Ich glaube, das war ein Spielfehler. Egal. Es geht wieder weiter zum nächsten Spiel. Zack. Oh nein. Seht ihr den Kopf an? Welchen Kopf? Ich sehe gar keinen. Unseren Kopf oder was? Das ist doch nichts. Oh, guck mal. Bei der ist der Kopf richtig groß geworden. Von der Spielerin. Ja, ich sehe es. Wie riesig. Gebt ihr das mal. Was ist hier? Oha. Guck mal. Oh nein. Bin ich raus? Ja, wir können aber jetzt andersrum anfangen. Und die Münzen wenigstens auch mitnehmen. Aber ich springe jetzt viel zu hoch hier mit dem Teil. Leute, seht ihr das? Viel zu krass. Ich glaube, ich habe jetzt immer mehr Vorteile. Okay, was passiert als nächstes? Zack. Schnell. Wir müssen wieder hoch. Das kriege ich aber locker ein, Leute. Seht ihr das? Wie einfach ich hier rüber springen kann. Zack. Geschafft. Ich bin auch da. Ich habe es auch gepackt. Sehr gut. Neu ist Ende. Weiter so. Wir schaffen das. Oh, lauf auf euren Teller. Zack. Bin drauf. Jetzt kommt, glaube ich, wieder Lava. Das hatten wir schon. Aber Leute, ich glaube, wir haben das Spiel jetzt langsam durchgespielt, weil es kommen die ganzen immer jetzt dieselben Spieler, glaube ich. Loch in der Wand. Was geht denn da? Guck mal. Da. Oh, die Wand. Kommt. Die Wand. Kommt. Die Wand. Kommt bitte. Ich glaube es einfach. Zack. Geschafft. Easy. Oder kommt auch eine zweite Wand. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, das war schon das Spiel. Was will ich hier ganz schnell drauf drücken? Kommt schon, Leute. Ich will es packen. Nein, da kommt die nächste Wand. Ich dachte, es wäre schon zu Ende. Und da kommt sogar noch eine dritte Wand. Unten seht ihr das? Wie heftig. Ich dachte, es wäre wirklich schon vorbei. Jetzt ist es vorbei. Okay. Zack. Habe ich drauf gedrückt? Ja, da ist eine Bombe. Lauf. Lauf weg dafür. Die geht gleich hoch. Deine Bits ist safe, oder? Hey, können wir runterspringen? Ich weiß nicht. Was sollen wir tun, Ende? Ich war hier unter der Wand, Leute. Sollte ich überleben? Ja, ich habe es überlebt. Oh, der hat ja bitte wohl weggespringt. Aber richtig heftig. Oh, da ist wieder Piggy. Piggy ist schon wieder in die Verfolgungssian. Hallo, Piggy. Wie geht es dir? Ich glaube, sie ist nett. Sie ist gar nicht so böse. Piggy will zur Pizza. Oh, die hat mich gestetzt und einfach. Die hat mich komplett fertig gemacht. Aber, Leute, ich würde sagen, lassen, lassen, lassen. Aber wenn ich es dir gefallen habe, schau, bitte vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Ciao.